Good luck, thanks. Also not gonna lie, ich bin vielleicht ein bisschen biased, aber ich wähle Himeko. Let's go. Ich weiß keine Ahnung, wie das jetzt aussieht. Ich kenne das nur vom Genshin. Uh, erstmal fliegt er im Entzug ins Gesicht. Ah, okay, und wenn das als Gold gewesen wäre, hätten wir 5 Sterne gezogen, oder? Damn. Das war eine ultra komische Animation. God damn. Asta haben wir bekommen, okay. How many 4 Stars will it be? One? Only one? Oh, da hat er nicht wertet. So, let's go. Code ein geben. Ähm, das ist egal tatsächlich, Sammy. Der gibt dir einfach eine Belohnung in dem Game. Das macht tatsächlich keinen Unterschied, ob den eingibst oder nicht. Ah, das ist ein Lichtkegel, okay. 4 Sterne Objekt. Noch kein Waifu. Where's the Waifus? Oh, come on, man. Oh, das ist ja wie ein... Ach, ich kriege immer nur einmal 4 Sterne. Hey, dann werden wir eine Rumschaft bekommen. Er hat eine purer Necklace im Mindestlevel. Ich glaube ja, Level 60, glaube ich. Hertha! Hatte ich die schon? Hat man die im Tutorial bekommen? Ich glaube nicht. Come on, 2, 4 Sterne mindestens. Come on, Baby. Oh, come on, Baby. Oh, come on, Baby. Uff. Okay, jetzt haben wir noch 6 Tickets. Okay, rip. Na gut, dann. Ich mach die Augen zu. Weil ich hab keine Ahnung, wie es aussieht, wenn wir sie bekommen würden. 3, 2, 1. Let's go, Baby. Let's go, Baby. Come on, Baby. Oh Gott, das war noch nicht. Rip. Okay. Ey, ey, Chad, yo. Ey, yo, Chad, no spoilers, man. Ey, yo, Chad, no spoilers. Ey, kriegen wir nicht mal 4 Sterne, oder was? Was zum Teufel? Scam? What? Lol. Das letzte Item. Wow. Das hier. Ah, okay. It's not over yet, Chad. It is not over yet. Oops. We ain't done yet, Chad. Let's go. I'm not looking, Chad. Not looking. Vier Sterne. Vier Sterne. Zwei Lichtkegel, vier Sterne. Sollen wir endlich zwei mal vier Sterne bekommen. Aber, 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 kein Fünfe Sterne. Damn. Unlucky, man. Jetzt müssen wir hier einzelne Puls machen. Ich hasse einzelne Puls. Hey, guy. Go for it. Go for it. Oh, no way! What was that? No! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. No way! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. L-M-A-O, baby. Ha, 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 ha. Oh, baby. Let's go. Ha, 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 ha. Ja, easy, würde ich sagen, oder? Ha, 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 ha. Damn. Damn. Ich wollte schon fragen, was ist jetzt los? Ha, 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 ha. Damn, Daniel, vielleicht muss ich jetzt doch viel Honkai spielen. What does this mean, Chad? Damn. Here she is, baby. Damn.